Im internationalen Zuverlässigkeitssport liegen seit Jahren Maiko Motorräder an der Spitze. Diese normalen Serienmaschinen unter den härtesten Bedingungen erprobt, halten im Stadtverkehr mit ihrem enormen Anzugsvermögen diese Spitze ebenso, wie auf langen Strecken mit hohem Reisedurchschnitt. Und das Bild liegt so schnell! Was, mit meiner Maiko Blitzart geht's noch schneller! Wunderbar bequem, trotz der hohen Geschwindigkeit. Das ist bei der Maiko Blitzart selbstverständlich. Vorne schwinge, hinten schwinge. Wie ein Brett liegt die Maschine auf der Straße. Aber noch wichtiger, trotz ihrer 14,5 PS ist diese 250 Kubikzentimeter Maschine sehr sparsam im Verbrauch. Schnell, komfortabel, einer der großartigsten deutschen Zweitakter. Und deshalb fahren viele nur noch Maiko!